Heute kann man mit einer DNA-Analyse ganz einfach feststellen, ob und wie zwei Personen miteinander verwandt sind. In Hans-Ulrich Treichels Erzählung »Der Verlorene« sind solche Analysen noch nicht möglich. Das hat verheerende Folgen für das Leben der betroffenen Familie. Wir erklären dir die Handlung der Erzählung in drei Minuten. Der namenlose Ich-Erzähler ist mit dem Wissen aufgewachsen, dass sein älterer Bruder Arnold als Kleinkind verhungert ist, als seine Eltern am Ende des Zweiten Weltkrieges vor den russischen Truppen nach Ostwestfalen fliehen mussten. Einige Jahre später erfährt der Ich-Erzähler die Wahrheit. Arnold ist nicht verhungert. Die Mutter hat ihn auf der Flucht einer anderen Frau übergeben, aus Angst von den Russen erschossen zu werden. Die Eltern wurden nicht erschossen. Der Mutter ist aber etwas Schreckliches angetan worden. Sie wurde vergewaltigt. Sie macht sich Vorwürfe, Arnold voreilig weggegeben zu haben. Der Ich-Erzähler versteht jetzt, warum in seiner Familie schon immer eine Atmosphäre von Schuld und Scham geherrscht hat und warum er sich von seinen Eltern nicht geliebt fühlt. Es dreht sich eben alles um den verlorenen Arnold. Die Eltern suchen mithilfe des Roten Kreuzes schon lange nach Arnold. Nun wurde ein passendes Findelkind gefunden. Es sind Untersuchungen notwendig, um die Verwandtschaft mit diesem Findelkind nachzuweisen. Nach einem Abgleich der Fingerabdrücke, einer Blutanalyse und einem Bildervergleich lautet das Ergebnis, dass es in hohem Maße unwahrscheinlich ist, dass das Findelkind der gesuchte Arnold ist. Der Ich-Erzähler empfindet deshalb Schadenfreude. Die Mutter wird depressiv und der Vater stürzt sich in seine Arbeit als Fleischwaren-Großhändler. Weil der Kummer sich nicht verdrängen lässt, erstreiten die Eltern vor Gericht ein weiteres Gutachten, das für Klarheit sorgen soll. Die Körpermerkmale der Familie werden vermessen und mit denen des Findelkindes verglichen. Das vorläufige Ergebnis bleibt uneindeutig. Darüber regt sich der Vater so auf, dass er einen Herzinfarkt erleidet. Als er kurz darauf erfährt, dass in sein Kühlhaus eingebrochen wurde, folgt ein zweiter Herzinfarkt und er stirbt. Danach übernimmt die Mutter die Leitung des Großhandels. Der nette Polizist Herr Rudolf unterstützt die Mutter und den pubertierenden Ich-Erzähler in dieser Zeit. Schließlich treffen zwei noch ausstehende Gutachten ein. Das Findelkind ist zu 99,73 Prozent nicht Arnold. Der Plan der Mutter, das Findelkind zu adoptieren, scheitert ebenfalls. Herr Rudolf findet aber dessen Namen und Adresse heraus. Das Findelkind heißt Heinrich und arbeitet in einer Fleischerei. Herr Rudolf fährt die Familie vor das Schaufenster der Fleischerei. Der Ich-Erzähler ist verblüfft. Heinrich sieht genauso aus wie er, nur älter. Und auch Heinrich bemerkt die Ähnlichkeit und erblasst. Die Mutter zeigt keine Regung und gibt den Befehl weiterzufahren. Mit diesem offenen Schluss endet die Erzählung. Der Ich-Erzähler ist verblüfft. Die Mutter wird verblüfft. Das ist die erste und die erste und die erste. Der Ich-Erzähler ist verblüfft. Erzählung ist verblüfft.